Langsam Formen an, ich hoffe schöne Formen, auch für euch schöne Formen, das dauert lang, aber große Projekte, das sind eigentlich meine Dinger immer, ich baue immer gerne große Sachen, die wie ewig dauern, und dann kommt so den Minecraft-Rain ja so richtig durch, ach den Block will ich noch setzen, ach die Höhle will ich noch erforschen, ach scheiße, das Eis nimmst auch noch mit, und dem Zombie haue ich noch einen Schädel ein, so ungefähr, so geht das, so muss Minecraft sein, So, Dürfen ich mal das Inventar wieder voll haben, oder auch nicht, wundert mich gerade, ach so, wir haben gerade vorhin ausgeleert, dass da wegen, ist hier ein bisschen freier im Inventar, bin schon wieder totale, verstrahlte, verpeilt, Aber was will man erwarten, wenn man hier sinnlos auf Steine einhämmert, wird man halt irgendwann knülemieren, da muss man halt auch durch, da muss man mal das Hirn ausschalten können, und einfach nur siegenlos spielen, einfach mal als letztes Plan muss man sowieso das Hirn ausschalten, um die ganzen Blödsinn hier zu verzapfen, was man hier in, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, wie viele tausend Wörter ich schon gesprochen habe, in meiner Let's Player Zeit, oder alleine Minecraft Let's Play, und wie viele nicht sinnfrei waren, also, da wird mehr Sinn freigewiesen sein, als mit Sinn, ja, da muss man echt das Hirn ab und zu abschalten, weil man den ganzen Blödsinn auch wirklich labern kann, und ohne dass man sich einen Teil denkt dabei, man selber zumindest, ist schon ab und zu komisch, 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 so, wie mache ich das bloß, ich glaube, ich gehe mit dieser Kultur einfach weiter, übertreibe sie maßlos, so Fackel, du kommst auf den Boden, du kommst weg, so, dann können wir hier das hier wegkauen, dann haben wir dort Outball fertig, so, wo ist meine Schaufel, Hoppala, so lasse ich es, glaube ich mal, ja, sieht eindrucksvoll aus, und annehmbar, so, Blick in das Inventar, da ist ein Erdklotz, der stört mich gerade, der muss weg, weg muss er, so, dann machen wir das Inventar leer, leer, leer machen wir das, so, indem das mal hier noch ein paar Bretter machen, und eine Kiste, ich bin ein Kistengeist, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mal hab ich gesagt, Hupp, drei Kisten, nehme ich auch natürlich gerne raus, hier noch zwei hier ach so hier ist Neta kommt hier wieder Pflastersteine rein so da ist auch Kies dabei scheiß drauf Kies rein dann kommt hier das Obsidian das Eisenerz so die Leiter könnte ich reinpacken die Händchen, die Flüten, den Faden Schwarzpulver, das Auge natürlich wer braucht schon Auge so was packe ich hier rein? nichts so machen wir noch ein paar Spitzhacken erstmal Stickies sonst wird das nichts mit Spitzhacken fünf Stück dürften reichen so die eine nehmen wir zur Hand wenn es funktioniert so und dann stellen wir kurz mal auf peaceful oder auf friedlich sag mal so und zurück zum Spiel so dann bauen wir uns noch ein bisschen Neta-Rack ab oder jede Menge Neta-Rack und natürlich Closed-Down brauchen wir Closed-Down muss ganz oben stehen auf der To-Do-Liste erstmal Closed-Down brauchen so hier können wir dann später noch was ist denn das? ach mein Feuerstein so ach ja war jetzt grad nicht den hat es mir hier zwischengespeiert was soll denn die Kacke wieso werde ich da immer langsam na voll doof na voll doof Closed-Down sch nein aus es ist halt ja auch ab und zu Kacke wie man hier rauskommt kann man hier schon mal Neta-Rack sammeln so bauen wir uns hier vorbei ich hoffe hier komme ich eher noch an Closed-Down ran oder auch nicht ich bräuchte jede Menge Glow-Stone aber wieso komme ich hier so Kacke raus kann mir das einer verzählen wieso dass ich hier schon wieder Kacke rauskommen muss ich habe einfach kein Glück in Minecraft so zumindest kann ich schon mal Neta-Rack so abbauen dass ich mir hier Wege erschließen kann die sie mir nicht erschließen so einfach so nebenher noch ein bisschen was mitnehmen so ausleuchten ausleuchten äh hallo? voll doof ich will ich will ich will close down das in rauen Mengen bitte so machen wir uns noch ein paar Fackeln so 40 Stück ein ich will ich will doch schon mal ich will das ich will Oh, das ist doch so. vorsicht lang arbeiten ich lasse ich mir hier auf die schnauze leg und dann hier verbrutzelt wäre uncool na freie breit wie wärs mit uns beiden also ich hätte nichts dagegen wenn du auch mal vorbeikommen würdest auf die kleine minecraft party hier ja da wäre close down direkt über über der lava schon recht die kann man immer ja so gut abbauen abbauen schon aber nicht mehr kriegen na gut dann wollen wir erst fürs erste nummer neta rack ist das denn so viel verlangt dass ich nur ein bisschen close down kriege gut ich brauche zwar jede menge aber sagen wir mal kein es wird doch ein längeres unterfangen mit dem close down ich dachte es nicht nicht Ich wollte doch nur Glowstone haben. Hilft sich nichts. Da müssen wir unterbauen. Lass mal hier den wertvollen Glowstone abstauben können. So. So, so, so. So, so. So. Da dürfen wir gleich alles untermauert haben. Das hört sich hier alles an wie Schleime. Werden es höchstwahrscheinlich auch sein. So, so, so. 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 Scheiß da. Scheiß Framerate. Ah. Da machen wir uns halt erstmal wieder eine Rüstung. Doof. Da würden wir doch gleich nicht mehr spielen. So. So. Helm. Ämtchen. So. Machen wir wieder uns Holz. Dann brauchen wir noch Stiggis. Dann brauchen wir ein paar. So. Okay. So. Vielen Dank.